Das Hotel Hampton in Manhattan, Times Squares, liegt in New York, Manhattan in Bundesstaat New York. Die meisten Gäste des Hotel Hampton in Manhattan, Times Squares, würden das Hotel weiterempfehlen. Die weitere Empfehlungsrate liegt bei 67%. 16 Gäste haben das Hotel bewertet und es für gut befunden. Durchschnittlich wurden 4,6 von 6 Sonnen vergeben. Dabei wurde das Hotel allgemein, die Zimmer, der Service, die Lage und das Essen sowie die angebotenen Sport- und Unterhaltungsangebote bewertet. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 16 vorhanden vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Eine gute Lage zeichnet sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand aus. Das Hotel bekommt für die sehr gute Lage eine Bewertung von 5,4 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Gäste loben den guten Zustand und die Sauberkeit des Hotels. Hierfür wurden 4,7 von 6 Sonnen vergeben. Zimmer. Dank der guten Sauberkeit, Ausstattung und Größe der Zimmer vergeben die Gäste hierfür 4,6 von 6 Sonnen. Service. Im Punkt Service wird das Hotel von den meisten Gästen positiv bewertet. Im Durchschnitt werden 4,3 von 6 Sonnen vergeben. Gastronomie. Das Angebot der Küche dieses Hotels entspricht den Erwartungen der Gäste und wird mit 4 von 6 Sonnen als gut bewertet. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Das Unterhaltungs- und Sportprogramm empfinden die Gäste als akzeptabel und vergeben. Hierfür 3,6 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.